die kriegen für die kohle ja wir müssen hier runter weiter ich fahre am flussufer lang weiter entlang wir müssen jetzt gleich ins auto ist was dafür beim bonus davon ja wir brauchen jetzt ein auto wenn du dein auto hast dann müssen wir da jetzt alle rein ja ja dann kommt er kommt er ich habe ja du weißt selber das ding ist nicht der schnellste ok das ist ein system gehabt habe wenn ich fragen darf gesundheit hat er jetzt nicht geschrieben muss man mal herpes niesen raus das jet ski brennt raus wer war das du hast dein brinde schützky da oben gepackt dieses schützky also ich nehme diesmal gleichen schützky alleine ich glaube es wird am besten sein dass die dass der mit dem mit dem typen mit nur mit einem reingeht und die anderen zwei nehmen jet ski brennt vor und suchen gleich autos ja ich wollte so im allgemeinen käft wie gesagt alle die bis jetzt hier ein bisschen geschrieben haben kommen jungen konfirmation was weiß ich nicht was die so viel kohle bekommen haben könnte alle drei neuen rechner holen 1.990 euro wäre schon fett wäre schon richtig fett direkt den neuen rechner hätte ich auch 400 euro übrig einiges bei mir hat schon grund wie gesagt wo mir hat sich schon mit dem herz läuft kann ich nicht anfordern ne geh ich auch noch nicht habe ich probiert sobald die bullen da sind geht das nicht das kriegen wir so hin ich bin aber auch so um den dreht hat also mit dem prozessor und recht ist jetzt auch nicht besser ehrlich gesagt es ist nur wichtig welche grafikarte du noch hast wie viel ram du drin hast ich hätte sonst noch ein i7 anzubieten was heißt anzubieten also welchen i7 2600 den habe ich auch ich habe 2600 der reich doch vollkommen einer mit drin hier kommt jungs er muss erwarten es geht nicht raketenwerfer der hinten drin ist sollte man auch schießen ich habe schon lange auf facebook geguckt wir sitzen hier mit dem polizeipoot drinnen hinten also ich verscheide den schaden bitte was mit mir ja würdest du mal schießen ich bin da dabei ich kann nicht anvisieren muss noch ein bisschen nach rechts fahren jetzt jetzt habe ich ihn ihr kommt vor dir mit euren jet skis ruhig vor und zu fahrt und sucht ein auto hier hat sowieso nicht wirklich viel auch so seid ihr hoch hallo 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 würde ich nochmal über den haufen fahren wenn ich rein holen würde hart ich habe mich gerade hinten reingeschossen weil ich grad habe ja dass der komische boot blau hör auf der typ hat glaube ich einen abgekriegt hua boah kann so einfach hier hoch zu fahren wenn man die ganze zeit hinten voll drüfen sitzt finde ich das nicht mit das ist echt gar nicht so einfach scheiße ich hab n für die Karte hat jetzt aus einem Grund und das ist nicht mehr drüber hallo Prozent ein 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 auch aufmacht auch auf die Städte das wurde auch nicht der ich weiß schon wird sie das genau so gemacht dass wir auf dem Schießen halten wir haben nur ein Leben ja ja noch läuft ja ganz gut auch ein Dinospear, Deines Spears kam noch da, da wollte halt meine meine UPS dauernden oder hier vielleicht gleich raus aber wir haben doch kein Auto oder ja das ist doch eine Brücke, da fahren 100% viele Autos rum wir holen uns ja vorne eins sicher gute Nacht Elch jo schlaf gut what the fuck, du hast 32 GB RAM eine G4 GTX 980 ja okay du hast vor zu streamen und so weiter aber willst du auch rendern? also das würde ich sagen das ist voll übertrieben die 32 GB RAM und dreck eine GTX 980 ja haben oder nicht haben ne? also für mich lohnt sich das weil ich viel mit rendern und videoformaten zu tun habe definitiv aber aber wirklich sofort zu streamen ich weiß nicht 32 GB RAM äh boah krass stehe hier hier sind zwei Autos perfekt nennen wir das ich nehme das hier drüben Ich hoffe, da brennt nicht wieder ein Jet-Ski. Ähm, ja ehrlich, das war klar, tu mit deiner Overpowered-Maschine da, ähm, nee, aber, was machst du? Ja, der rutscht alleine wieder runter? Ähm, nee, aber ansonsten, wenn du die Videos per Open Broadcaster direkt auch als Safe speicherst, dann brauchst du dir ja nicht großartig mehr rennen, du brauchst nur zurecht schneiden und fertig aus, das war's. Da rennt Seilen hinterher, oder sogar, genau. Ne, rennt mir hinterher. Ich brauche halt, ich kann nicht bei dir rein, weil... Jop. Alter, das Ding scheißdreck. Wir haben noch genug Autos jetzt, oder? Oh, hier sind, guck mal, wie viele Karten hier gestanden haben. Alter, da kommt einer mit den Dings entgegen. Haha, kannst du das doch nehmen. Hey, so vorne geht's ab. Boah, was machst du? Nein, au! Was machst du? Schüttel die Kopf, Alter, ist schon richtig. Das ist jetzt scheiße. Ja, das wird jetzt schräg. Äh, was willst du denn fragen, Kev? Ich bin tot. Ja, du hättest mit dem Berg hoch gehen musst. Ah, okay, alles klar. Ja, okay, dann lohnt sich das, Tato. Dann nehme ich alles zurück, das stimmt schon. Heißt, der Heli schießt halt voll auf mich, geht das rein, Mann, geht in das Auge. Nicht schießen, nicht schießen. Wir haben, wir haben keine Cops mehr. Ich fisch den ganzen Haufen. Wie zu, dass du abschüttelst. Also ich hab keine und wir haben... Alter, ihr blöden Cops, ey. Da oben, an der Garage. Warte, ja, ich weiß. Ich will kein Risiko eingehen. Kev, das ist immer davon abhängig, was du machen willst. Wenn die mich rannt, dann kriegen wir auch wieder Sterne. Das ist das Blöde. Ne, Kev, das ist davon abhängig, was du machen willst, ne? Wenn du nur zocken willst, dann reichen auch schon kleine AMD- oder Intel-Prozessoren. Wenn du wirklich vor hast, zu streamen, zu rendern, was weiß ich nicht was, solltest du schon in den höheren Gebiet nachgucken. Also, Intel Xenor bzw. Intel Core i7i5. Wer hat sich das Lied gewünscht? Bust du für eins? Platzi! Bitte? Ein schräges Lied. Yeah, ich bin 21. Ja, ich weiß. Ist nicht so, ne? Hier mit dem Fuchsmasten. Kekse, Kekse, Kekse. Mein Name ist schon voll. Wollen wir direkt mal die Code überweisen? Ja, gute Idee. Ja. Aufzeichnung. 200 ausgezeichnet werden. Haben wir schon einen Geruch. Boah! Was wolltest du zuerst ein 128 GB RAM einbauen? WTF? Wozu? Ja, das ist es halt. Das wäre schon... Könntest du nie auslassen. Das wäre eigentlich nur profitabel für den Server, mehr auch nicht. Oder wie gesagt, wenn du halt mit richtig extremen Ränder zu tun hast oder so. Na ja. Da würde ich lieber empfehlen, ne PCIe SSD zu holen. Da kannst du nämlich den ganzen Speicherplatz als RAM umwandeln. Ja, das stimmt. Ich würde nur Verzwörende ankaufen und dafür einen Puff gehen. Für den Rest. Ich meine ja nur, also... Aber 128... Ne, also... Was am besten ist... Es sagt dir ganz... Wie gesagt, das kann man nicht davon ausmachen, was davon am besten ist. Ein Core I7 der neuesten Generation ist schon richtig, richtig geil. Was... Den kannst du doch rufen. Merriweather. Genauso wie der Xeno in der neuesten Generation. Also... Steiges Lied. Ich habe noch einen AMD Phenom 2x6. 6 GB RAM mit 256 GB SSD. Ja, guck mal, Gronkh hat ja auch drei oder vier Grafikkarten drin. Das Ganze mal zwei, aber wie gesagt, die benutzen das... Äh, äh... Warte, ich kann mal hingucken, was da drin hat. Zum Extrem Stream, weißt du. Die können streamen, die können rendern, die können aufnehmen, zugleich so ungefähr. Und das ist der Hauptgrund, warum sie diese Komponenten eingebaut haben, ne. Achso, was brauchst du denn halt als Privatperson? Ja, deswegen sag ich ja, also... Wenn man irgendwann mal wirklich was erreicht oder so, dann kann man mal drüber nachdenken. Aber so, als Privatperson, einfach so... Ein bisschen streamen. Ein bisschen Videos, äh, hochladen, hm. Wenn du irgendwann mal 1000 Follower am Tag hast, dann kannst du das inbauen. Dann kriegst du es durch, du nicht doch alleine. Aber... Siehste? Deswegen... Also Gronkh hat... Zweimal hinter Zenon E5 drinne. Dann drei... Äh... Ist dann nebenher noch irgendwelche Videos am Rendern. Ach, fürs Streamen reicht ein 800€-PC. Kannst du die Grafik randdrehen, wie du willst. Willst schräge dich doch eh runter. Das ist von da, ja. Ja, das ist klar. Wo seid ihr? Ich hätte hier noch Platz. Ich bin übelst weit weg vom... Von Dingsbums. Richtig mitnehmen? Also, von meinem Haus. Ich kann nicht mit dem Auto hinten drin laden. Ich habe ein riesengroßes Flugzeug. Ich bin fast da. Was ist am Flugzeug? Ne, am Haus. Wo sind denn die anderen beiden? Ich habe gerade den Gangangreifen. Dann koste ich... Komm, mein Rechner hat jetzt auch schon 6 Jahre auf dem Buckel. Wenn ich das mal bedenke. Eins, was ich mal ausgetauscht habe, ist die Grafikkarte. Jetzt eine GeForce GTX 660. Aber das war es auch. Der Rest ist alles noch vom alten Standard. Ab und zu mal eine Zusatzfestplatte rein oder so. Sag mal, vor kurzem hat man noch Probleme gemacht. Jetzt läuft er fast dreieinhalb Wochen am Stück durch, ohne dass er immer eingefroren ist oder abkackt oder sowas. Jetzt habe ich noch mal einen Schein ein. Bro, Alter! Was denn? Ja. Johnny Cash ist der Geil. Ja, der kannst ja gleich landen. Und da? Was meinst du mit MB-Caf? Was meinst du? Meinst du jetzt den Festplattenspeicher oder...? Das ist so zu kurz. Weißt du was das Ding für den Wendekreis hat? Muss ich nochmal hinfliegen. Chips fressen beim Stream ist das beste was man machen kann. Man saugt sich die ganze Tastatur ein. Das klingt krass. Man hört dich kaum. Das sagt er jetzt extra damit er nachher behaupten kann ja bei mir waren die Krümel schuld dass meine Tastatur nicht reagiert hat. Ja mach ich ja. Ich bin von weh abgerutscht weil es fettisch worden ist. Ja. So Silent ich komm jetzt. Ich war jetzt gleich so eingeladen. Du musst keinen großen zieh aufmachen jetzt ja. Ding ist riesig. Ich kann dich nicht hinten rein nehmen das haben sie rausgenommen leider. Ach nö ne? Du kannst versuchen ob du da einsteigen kannst. Du musst dich auf keinen Fallschelm annehmen wie gesagt man ist auch schon sechs Jahre alt. Ähm. Ram. Für die Spiele die du da gerade aufgezählt hast reichst du 8 GB mehr brauchst du nicht. Bin ich voll am stottern. Ah ah acht. Ah 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 ah. Was ist das das nicht? Ah 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 ah. Muss ich jetzt mal sehen dass ich hier drehe. Nee einfach nur rückwärts rückwärts die Landebahn entlang. Ach egal was annehmen hier. Ihr habt ne Einschneidung. Ihr habt ne Einschneidung. Ihr habt ne Einschneidung. Ihr habt ne Einschneidung. Den Bomber? Ja. Ich hab ihn doch schon dreimal selbst geflogen. Ach hier ist der Raumüberfall. Ja wartet beim Mittel. Bitte warten kurz. Wenn Silent noch auf Fox stellt, kriegen wir mal Cola. Da steht schon das Ende. Ähm du hast schon gehört dass Silent auf der Lette ist ja. Ach so ok. Ne wusste ich nicht. Ich hab déjà vu. Ich komm schon wieder in die Tür rein. Wann kommen die immer die Assis zu mir? Geht's wieder aus hier? Ja wenn ich den überfalle. Erstmal hack. Konvoi. Glutech. Basto. Hallo. Geht's los kam Basto bei mir rein ins Film? Jetzt hat es mich schon hier hin getrieben sagt er weißt. Ja nimm die 8192 die reichen vollkommen aus. Für die Spiele die du spielst auf jeden Fall Kev. Aufwussten kann man später immer noch. Quatsch. Verbraut deine ganze Kohle. Tja. Tja. Hitzelfitzel würd ich gern. Würd ich gern. Geht aber ned. Wir können dir jetzt einfach einen Kopfschuss geben ne. Da saßt du was Tado. Da saßt du was. Gronkh hat 6 Bildschirme wenn er streamt. Also mir reichen auch jetzt erstmal meine 2. Ok es wird langsam eng und bald könnte man über den dritten nachdenken aber brauche ich nicht. Erstmal nicht. Ja 6 Bildschirme. Der will jetzt auf 6 Bildschirme hoch. Der soll noch über 2 Pornos laufen oder? Ja denk ich mal. Ne der hat bis jetzt 4 Bildschirme und der will halt auf 6 hoch steigen. Das stimmt. Ja wie gesagt ich kann es verstehen er rennt nebenher nachher noch und so weiter und so weiter. 4 Bildschirme reichen ja vollkommen aus. Was will er mit 6? Was will er mit 6? Haha. Was will er mit 6? Verstehst du? Ne weil was willst du alles da drauf haben? Willst du nebenher noch twittern oder? Keine Ahnung. 6 Bildschirme. Kati geht ab. Kati feiert. Kati feiert immer. Ich gehst auf Pink Fluffy Unicorns. Übrigens Kati schäm dich du hast meine Freundin vorher den Ohrwurm verpasst mit dem Lied. Oder wer hat sich das Lied gewünscht? Nein Elch war das schuld. Der hat sich das Lied für Kati halt reingemacht. Meine Freundin rannte heute den ganzen Tag durch die Bude und hat Pink Fluffy Unicorns da gefilfen und gesungen und gemacht und getan. Ich hab voll die Sprachfehler. Ja ich bin wieder da. Ok. Fahrer? Lokvögel? Lokvögel? Ich bin Lokvögel. Ich bin Lokvögel. Das Fahrer? Lohro. Das sieht die Hose. Ich bin auffällig. G2 Fahrer? Nö. Ich muss mal gucken. Ach. Falsch das da. Party macht Party ja. Gern geschehen Romer soll ich das sagen. Welche Festplatte? Ja ich hab's gelesen. Mobot streckt zwar raus. Also Hauptfestplatte würde ich schon sagen nehmen dann eine 256 GB. Ich hab mittlerweile die ganzen Treiber von Grafikkarte und so weiter drauf und meine 128 GB ist fast voll. 256 GB würde ich nehmen und als Nebenfestplatte haust dir noch eine 1 TB oder 2 TB rein. Sorry das ist viel fragt. Ne ist schon ok. Lohro ist Fahrer. Und was bin ich? Hübsches Beiwerk. Oh yeah. Lass uns nur ein Auto fahren und er heißt. Immer im zweiten. 14. Ich bin grad überfordert Andy hat sie mich schon gefolgt. Hab ich das die Maske auf oder nicht? Wachst du nicht gesagt? Ja. Noch ne jetzt sagst du dir gleich. Ich hab schon mal nen Heist gemacht. Romy hat eigentlich. Nö. Dann machst du jetzt gleich nen letzten Slip. Wieso nen letzten? Ist das der letzte? Der letzte heißes. Boah. Alter wer hat sich das Lied gewünscht? Storch. Du fühlst mich nicht mehr. Du fühlst dich nicht mehr. Du fühlst mich nicht mehr. Achso ok. Ähm. Ne Tardo. Wie gesagt. Nur noch SSD würde ich nicht zum Spiele starten. Reicht auch ne voll. Ne ganz normale äh. S-Ata Festplatte. Die Treiber und so weiter. Die würde ich da drauf klatschen. aber du merkst halt schon ganz enorm zum beispiel windows startet innerhalb von kürzester zeit braucht es auch nicht unbedingt okay jetzt muss lower und hat den bus das ding für euch jetzt in die wand vor der hightech bus da drin ich sehe ja cool finger weg von den on board grafikkarten sag ich dir ganz ehrlich on board grafikkarten sind absoluter bullshit wenn ihr da mal was durchgeknallt das ganze board am arsch wo der normal stinknormales motherboards und eine zusätzliche grafikkarte ja mir ist das passiert mir auf mein neck mit einer on board grafikkarte durchgebrannt meine freundin hat das problem die hat einmal eine intel hd grafikkarte drauf und für höhere rechenleistung irgendeine radio und keine ahnung was so eine hightech grafikkarte und normalerweise sollten sich die grafikkarten die arbeit teilen das heißt wenn sie jetzt normal irgendwie im outlook schreibt oder keine ahnung was springt die intel an und bei irgendwelchen hammer games sollte die andere grafikkarte anspringen die die crashen miteinander die die bringen das system zu überlastung keine ahnung das ist voll für den arsch aber auch so war das waren es jetzt drei aufzählungen du hast einen intel prozessor hast du gesagt holt sie dir dann holt eine nvidia ich steig mal mit aus warte 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 ich fordere mein fahrzeug an das ist doch immer noch ein bisschen arbeiten ja macht mal bist du dein fahrzeug an erfordert das habe ich mich an autoblatt gefahren los rein da schießt die leute und ich bin da schon drin da ist noch gebet ab das heißt durch silent aufs mit den kuchen allerreien cool um geschossen wurden da ja so geht's ja weil ihr nicht mitkommt das ist das ist das nur an die da habe ich auch mal ein pc zusammenständen Tado ja ich weiß Nightbot und so weiter oh mann oh mann oh mann oh mann äh nimm das erste davon Kev deutsche Mokekanträger mal abspielen die ist cool ich will auch mal hinten sitzen wir haben alle die Masken aber nicht ich will hinfahren weil wir ein Fetisch haben ja Kati würde ich auch zu gern würde ich auch zu gern aber ne solange die Kamera an ist und so das Mikrofon und so ne ist klar macht man nicht ne geil hier hinten sind aber welches Server oder irgendwas drin das sind Server ja aber wozu stimmt du sollst irgendwas hacken dann ja geil ist bei Nvidia Nvidia würde ich nehmen dann musst du Nvidia nehmen weil OPS ist mit Nvidia besser als mit mit ordentlich ähm er fragt mich gerade weil er hat sich einen Intel Prozessor genommen das heißt sollte man mit Nvidia arbeiten weil die irgendwie miteinander besser harmonieren hätte er jetzt ein AMD genommen dann wäre er bei Radium besser aufgehoben ja ok ja ok nein Kati ich sing nicht mit was ist das für ein Lied gerade kommt Elvis Presley ach ist er vorbei gefahren huh sorry hm ich kenne mal vorne hehehe du bist raus hier weil er sagt hallo 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 haha Hülf 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 mehr. Ich glaube, wir sind schon da. Ne, das sind wir aber noch nicht. Jetzt gerade. Wird's mich verarschen? Fährt die mich platt, die Alte. Oh, shit! 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 Boah! Dann trägt man den ganzen LKW zur Seite gehoben, weißt du? Zweites Laufwerk würde ich nicht erwünscht. Wie gesagt, du brauchst kein zweites Laufwerk. Brennerlaufwerke... Was brauchen wir überhaupt ein Laufwerk heutzutage noch? Ich bin wieder gestürmt. Sind da Sniper oben, oder was? Ja, was machst du halt nicht immer? Ich lauf nicht mal rein, macht ihr mal. Hab ich eigentlich Songrequest an? Ich weiß es gar nicht. Bin mir nicht sicher, Abo. Ja doch, ist an. Tatsache! Wusste ich gar nicht. Aber das hört man nicht. Ich hab Dingens nicht auf, die Seite. Oder wird das trotzdem abgespielt? Ich liebe Rock'n'Roll. Ein Auto braucht keine Felgen und kein Schiebedach. Es braucht nur Platz für fünf Hoes. Ja, was meint da. Aber mit dem Koruma holen war doch eine coole Idee. Kev, gar nichts von denen. Einfach Landkabel dran und fertig aus. Du hast den Burrito? Alright, geh über die Alley off Finewood. Bop bop. Vielen Dank.